Und wir wollten ja noch... Genau, das Schweinetor. Das Schweinetor. So, das Schweinetor... ist hier unten irgendwo. Irgendwo hier unten unter dem Rohr. Irgendwie hier so. Ja, da ist es. Und was war das jetzt zu machen? Jetzt muss ich grad mal gucken. Das Geisterschwein. Was ist das? Das Geisterschwein müsste... Ne, Moment. Was hat denn das Erdschwein schön gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Was hat er denn da am Hals? Zeig dich mal, bitte. Ich möchte dein Gesicht bitte sehen. Das ist gruselig, aber irgendwie cool. Der Pizzamang. Sie haben Pizza bestellt. Ne, du hast Pizza bestellt. Ne, weil ich mein Geld haben möchte für die Pizza. Ich verstehe. Du hast Hoffnung wie lächerlich. Hoffnungsvollen Leute gibt es bei mir immer zum Frühstück. Ich dachte jetzt eigentlich, der wollte Pizza haben zum Frühstück. Verflucht seien alle, die den bösen Schrein im Weg stehen. Ich geh jetzt hier einfach mal runter und guck mal, was hier so ist. Oder ist hier unten tot? Ja, da unten ist tot. Hä? Achso. Ein... Ein Schwein tot. Genau. Ich dachte, hä? Warum ist da was durchgestrichen? Aber das macht schon Sinn. So. Komm mal her. Das ist toll. Dann НА Highlands. Teil. Ja? Komm mal, alterوlled. Dann komm mit rein. Dann komm mit rein. Oh. Oh, lustige. Natürlich, schön drüber geschmissen. Was auch sonst. Wo ist der? Der hat wieder irgendwas gezahlt. Der ist genauso scheiße wie der andere hier im Fuzzi da, ey. Natürlich wieder schön vorbeigeschmissen. Alter, der beamt sich auch direkt in einen rein. Das ist richtig beschissen. Schon wieder Hurensohn, ey. Richtig asozial. Das ist doch nicht fair! Zieh dich. Oh, irgendwie treffen mich. Mann, diese dummen, komischen Stäbe da. Ja, natürlich wollte ich an den Stab dran. Ich möchte ja nicht hier... Nee, das war scheiße. Komm her. Ach komm, ey. Ich spring so an den dran wie bei den anderen auch und dann... Was tust du da? Oh Gott. Nein, ich möchte nicht speichern. Oh Gott. So. Komm her. Komm her. Direkt aufs Maul. Oh, der unten schließt so gut. Komm her. Oh nein. Oh Gott. Das wäre schon wieder vorbei mit mir. Mann, häng dich nicht immer an die Scheiße da dran. Du sollst rechts von mir bitte erscheinen. Oder da unten, da ist auch gut. Oder auch nicht. Oder in mir drin, genau wie jedes Mal. Das ist so dumm. Verzieh dich. Schön, dass jetzt auch die Musik vom Game Over Bildschirm kommt. Da oben bist du mir zu weit weg. Aua. Mann, da kratzt man sich einmal im Gesicht. Und dann die Kacke. Naaah. Drüber. Das ist eigentlich, wenn ich mich hier hinstelle. Woher scheint der dann? Da? Ahh. Natürlich. Was ist die Scheiße los, man? Da stehst du eigentlich ganz gut. Oh, man. Da fand ich die Schweine im ersten Teil aber echt angenehmer. Oh, man. Schön. Und dieses Gerutsche, ey. Das war klar, dass er drüber geht. Okay. Oh. 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 Oh man, das macht keinen Spaß. Ich mach für heute mal hier Schluss. Hoffe mal, dass es in der nächsten Aufnahme besser läuft. Weil das Schwein, das geht mir echt tierisch aufs Ei. Beziehungsweise alle Schweine gehen mir aufs Ei, weil die sich immer in mich rein teleportieren, die dummen Wichser. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch diese supertolle Aufnahme euch heute supertoll gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten supertollen Aufnahmegezumpel wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.